Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Ratchet & Clank. Wir sind immer noch auf der Suche nach den restlichen Gehirnen. Es sind, glaube ich, immer noch eine ganze Menge übrig. Ich versuche mal hier nach oben wieder zu gehen, beziehungsweise da rechts rüber, dieses Feig mit dem Anhängsel dran, das ist eigentlich das, was mir momentan gerade fehlt noch. Jetzt nur die Frage, wie ist der geschickteste Weg dorthin? Ah, blieb mal ganz da hoch, wenn ich das schaffe. Ah, der geht ja nicht weiter hoch, das ist ja super. Okay, höchster Punkt des Levels erreicht. Da hinten muss ich rüber. Der Höhenzug ist da. Die Frage ist eigentlich, wo ist die nächste Tankstelle? Die ist da hinten. Da werde ich so gar nicht hinkommen. Na gut. Ich probier's mal. Nein! Ja, okay. Ja, es klappt leider nicht. Okay. Das war ein blöder Start. Kann ich sagen. Ähm. Ja. 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 Na ja, das war ja immerhin was. Ich konnte noch ein paar Gehirne einsammeln. Und kann auch hier wieder auftanken. 23 habe ich jetzt. Und jetzt ist das jetzt hier jetzt. Ja. Du musst jetzt? Ja. 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 Da kannst du hier rüber. Und dann ist das gar nicht einfach. So, da packe ich mir erst mal das Ding voll, so, und jetzt, oh, es ist zu spät, nein, ist nicht zu spät, so, ist gut, den herholen, ach nee, hey, das ist nicht geschickt, das ist nicht geschickt, boah, das war aber jetzt ganz fies, hey, Wahnsinn, hm, nicht besonders schön, gut, aber ich bin bei 26 angekommen, die Plattform da drüben, was die Theorie würde sagen, irgendwie muss ich da hochkommen, dann probieren wir mal, da geht es aber nicht höher, was ist da doof, wie komme ich da hoch, überhaupt nicht, wie es aussieht, hm, schmeckt mir natürlich gar nicht, okay, bleibt nichts anderes übrig, wo geht es weiter, also eigentlich genau in der Richtung, in die ich jetzt schaue, ah, na, das ist ja toll, verschmuggelt mich das ist einfach da auf dem blöden, auf dem blöden Vulkan da oben drauf, boah, bitter also Das war's für heute. Gut Oh je, keine Munition mehr Ah, schlecht Schlecht, schlecht Zack Das 1 Ah, scheiße, das ist Quatsch Okay Gut Oh, das sind noch mehr, okay Nur noch 10 Schuss Nicht gut Mit 10 Schuss erledige ich das Große natürlich nie im Leben Das ist mir ganz sicher Oh was Oh nein Oh, muss ich immer wieder da starten oder was Das ist ja total ätzend Oh man Der Startpunkt ist ja noch beschissener als die anderen Oh man Oh man Das war's für heute. Ich probiere mal. Okay, da drüben ist wenigstens eine Ladestation. So, das war mal das. Okay, zur Ladestation. Ah, da ist er ja. Wow, wie kann man denn denen ausweichen? Bis dazukommen ist der Langwein. Bis dann, du Mäliens. Scheiße, ich... Oh nein! Ja, was schmeiße ich denn jetzt? Komm nicht mit aller Macht zurück! Ah, super! Jetzt komm her, du Knallkopf! Sechs Prozent ist ja lächerlich! Gut! Gut! Mr. Zurkon ist gelangweilt! Mr. Zurkon braucht keine Wurz! Ihr bezahlt mit Schmerzen! Ja... Das Problem ist ja, dass ich jetzt echt nirgends mehr hinkomme mit meinen Schüssen. Ich hab viel zu wenig Schüsse! Mr. Zurkon braucht kein Nanotech zum Überleben! Mr. Zurkon ernährt sich von Angst! Ja, Mr. Zurkon ist ganz schön cool! Ich muss unbedingt Munition haben! Weißt du wie man ausgelöscht wird? Mr. Zurkon möchte dir gerne die erste Lektion erteilen! Mr. Mr. Zurkon auf der Bündel ins Gesicht! Mit Kugeln! Da hinten ist auch noch mal eins! Zwei sogar! Mr. 1kd, 2kd 4kd, 5kd, erledigt der Echt Ok... Ja, da hinten geht's halt weiter, ja. 38 von 60. 22 würden noch fehlen. Ich probier mal, ob ich nach da hinten komme. Ja, da war ich aber schon überall. Wie's aussieht... Ah, aber ok, da ist noch ein großer. Ich brauch unbedingt Munition, ja, so geht's nicht weiter. 40, ja, das müsste ja fast funktionieren. Mit 40. 50. Komm her. Ja. 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 Oh, Scheiße. Oh, nein, wie blöd echt. Ah, ich hasse es. Ah. Wo war ich denn jetzt gerade? Wo lächne. Na ja. A... dass derchuss, Leufel Halt wissen. Woh... Ah, da bin ich, okay. Und ich bin nicht viel zu weit rechts. Ja, da drüben hat mich wohl gerade geblättet, würde ich sagen. Nein, nein. Oh, 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 oh. Oje, keine Munition mehr. Das gibt's doch gar nicht. Mr. Zucon will vernichten. Das darf Mr. Zucon gerne tun. Okay, Mr. Zucon anwalt sich mit Fehlknäuel. Ah, scheiße. Okay. Ich glaube, da oben war noch was. Eine goldene Karte, oder was? Okay. Okay. Oh. Gut, mal gucken, in welche Richtung wir weiter müssen Okay, na gut, bevor ich jetzt an der Stelle weitermache, würde ich sagen, ganz kurze Pause Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Hirn und Hirn Mir fehlen noch 17 Stück, jetzt muss ich mal gucken, wo ich die herkriege Bis dann, ciao